Wenn Sie in Ihrem Standheizstrahler ein klackerndes Geräusch vernehmen, dann ist dies kein Defekt. Im Inneren der Standline 25R befindet sich ein mechanisches Pendel. Beim Umkippen unterbricht dieses bereits vor Bodenkontakt den Stromkreis und schaltet den Heizstrahler ab. Das klackernde Geräusch signalisiert also, dass der Standline ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie es einfach mal selbst und kippen den Heizstrahler bei Betrieb zur Seite. Sobald er wieder aufrecht steht, können Sie ihn wie gewohnt mit dem On-Schalter wieder einschalten.